Die meisten werden erstmal nochmal draußen bleiben und nochmal ein paar Startsbilden. Genau so ist es. Pascal Werner haben wir gar nicht im Bild gehabt, ist 19er. Also ein Deutscher ganz hinten und ein anderer ganz vorne, nämlich Sebastian Vettel. Und was ist mit Danny Ricardo passiert? Hoffen wir mal, dass er den nur abgestellt hat, nicht dass der dann auch in der letzten Runde irgendwo reingeklappt ist. Also der Rauch kommt von den Bremsen, das ist nichts Besonderes. Jetzt sehen wir die Spuren von so ein paar Powerslides im Notausgang, Santé Rond. BBW failed. Irgendwas failed. Ja, aber das ist W. BBW. And the pedal went to the floor. Aha, also das kann wahrscheinlich die elektronische Bremsballon sein, die er hier anspricht. Und the pedal went to the floor heißt, das Bremspedal ist durchgefallen. Ja genau, hier, Bremsversagen. Das kann ja, ups, das war Verstappen mit Abkürzung. Das kann immer dann passieren, wenn die Bremsanlage überbelastet wird durch die elektronische Stärke.